Wir haben gerade die Mission mit dem eiskalten Hund gemacht und jetzt mal ein Massengrab. Wenn ich da einen Techniker reinpacke, dann wird die Heilungskraft von Soldaten verbessert. Wir schauen uns vorher direkt mal unsere Soldaten an. Soldatenanzeigen. 19 Tage für den Rey, da fange ich doch dann direkt. Habe ich noch einen übrig? Ja, Reuben Rey. 100% Erholungsrate, also 100% mehr Erholungsrate. Ja, komm, machen wir weiter. Oder wollte ich noch irgendwas basteln? War da noch was? Wir haben sowieso nichts mehr in Vorräten und Legierung. Ach, das ist da oben. Kannst nicht mal... Oh, das sind Leute. Wir haben den Adventszug. Operation Schimmernder Schlund. Ne, dann starten wir rein. Operation Schimmernder Schlund. Ja. Ja. Ich schwichere, denke ich. Schwer. Oh, schwer. Dann schicken wir überhaupt keine Rekruten oder einfachen Typen dahin. Wir haben nur die Besten, der Besten, der Besten. Und die Jane Kelly, der darf nichts passieren. Und die hier. Scharfschütze brauchen wir auf jeden Fall. Was haben wir jetzt alles dabei? Wir haben... Grenadier, Rangers, Strafschütze. Wir haben noch einen Spezialisten mit dem Netz. Na, ne, nicht mehr. Either way. Ja, sieht doch gut aus. Wobei, das sieht ein bisschen lächerlich aus hier mit den weiteren Magazinen, ne? Der Todgewehr-Patronen an so einem Magnetbräurer. Ob das so funktioniert? Ich... Wird fein. Widerstands-Trop. Widerstands-Trop. Wir haben einen Adventzug in der Nähe schwer getroffen und er sitzt noch immer fest. Es sollte jede Menge wertvolle Technologie an Bord sein. Also gehen wir rein und schalten alle Feinde vor Ort aus. Sichern Sie jegliche Fracht, die Sie finden können. финale Arzul nach unten ist. Scheiße. Sorry, Twelve. Sie hier, ihr darf nichts passieren und sie muss einen Kill machen. Das ist ganz wichtig. So, hier hinten sind die Gegner, dann richten uns auch unsere Mannschaft nach da aus. So, wo ist denn der Sniper? Da. Begebe mich zum Ziel. Noch ein schwerer Typ, der geht noch. Erstmal bist du noch da. Begebe mich zum Ziel. Feindliche Ziele in Sicht. Na, die können ruhig in meine Richtung kommen. Sorry. Wie platzi ich die jetzt? Je nach da. Je nach da. Entschuldigung, je nach da. Und du nach. Da. Tempo. So. Jetzt machen wir nochmal Quick Save. Feuerschutz. Und nochmal Feuerschutz. Feuerschutz. Scannergebiet. Auf und auf. Die kommen nicht in unsere Richtung. Die gehen dann quer durch den Zug. Na super, wie alle Leute in die Falschrichtung ausrichtet. Ah, komm dann. Ich habe ja gehofft, dass sie in meine Richtung gehen und nicht einfach zur Seite weg. na ja selbst da um genutzt zu werden scharfschütze bestätigt rück aus kelly der heavy guy bestätigt du gehst noch da ich bin schon unterwegs gehst noch da und hoffen dass alles gut geht verstanden das ist jetzt eine echte schweiß situation weiter bewegen aber du hast ziemlich viel leben ne dicke wumme bin ich zielgenauigkeit ok du bist noch die gekommen du bist noch nicht der zielposition du bleibst da ich hoffe die gehen weiter hier durch nicht irgendwo anders hin die bewegen sich nicht die schweine ok der sniper der macht du machst du kannst den mechanischen typ nicht sehen ist egal du machst auch feuerschutz so und wir klauen den typen mal ein bisschen deckung der tat der tat wieso stellen die deckung weg nämlich hier vorne unsere kontakte beim widerstand hatten gerüchte gehört dass er ein schweres infanterie schutzsystem einsetzen kann sieht heftig aus cool die bewegen sich nicht so bewegen sich nicht ich will die jane kelly um nicht um jetzt hier in blau ringen wieso haben die sich nicht bewegt wieso haben die sich nicht bewegt das ist jetzt verdammt nervig ich kann nicht mit der rein schirmen weil nämlich sonst zerfetzen ich könnte mit sturm und schuss nach hier hinten und von hier aus ballern aber die sieht sie hier keinen mach ich dann machen wir das immer so vielleicht kommen die füge mir in meine ja die kommen in meine Richtung komm der ist weg der ist stark feind neutralisiert oh follow ja schön feind terminiert mögliche informationen gefunden ja super so muss das sein so und nicht anders das geht halt noch ja da war alle zeit der wild haben aber jeder hat nur einen schuss abgegeben also das müssen wir naa komm nachladen alle mal nach nachladen nachladen alles im grünen bereich nach nach nachladen 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 Was ist da drüben? Was ist da drüben? Was ist da drüben? Was ist da? Zu Befehl! Nachladen. Auf geht's! Du kannst aber erstmal in Offline sein. Ich seh'n ja keine Gegner hier. Nachladen. Waffe geladen! Du auch? Jetzt komme ich! Der klingt ein bisschen psychopathisch, kann das sein? Und weiter geht's! Skäbegebiet! So, jetzt kann ich nochmal kurz die Abhilfen. Du gehst mal oben auf'n Zug drauf. Was ist los, los? Nachricht, dass ich mich hier so bilasten habe. Ist gar... Nee, nee... Ist nicht egal. Nee, 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 nee. Nee, nein. Nein. So haben wir nicht gewettet. Das geht nicht. Das ist hier... Ne. Ich würde sagen nein, aber nein. Wie bringe ich die in Stellung, damit ich die Typen nicht da hinten sehe. Also, dass sie mich nicht sehen. Ah, die habe ich gesehen. Ich habe die gesehen. Das ist blöd. Um nicht ehrlich zu sein, also beschissen. Okay, Blut ist nicht da. Oh, er kann, aber ich ziele. Quid safe. Mal sehen, ob er einen wegkriegt. Test, test, test. Oh, 6 Schaden. 6 Schaden ist okay. Sie könnte rum und den erledigen. Wenn ich den... Dann muss ich auch den Rest killen. 7inein. 7.5000% Mal sehen, wenn wir etwas verbessen können. Hoffentlich lohnt sich das. 82-Rücke. Nääääää. Alles mit sinneä. Kommen auf jeden Fall in Deckung gehen. schon unterwegs also ich hier von hinten aus machen kann ist scheiße ich probiere was aus wenn ich die nach hier die aliens dürfen die eigentlich nicht sehen und ok schon one erledigt nur noch zwei lagen ist das ja eine bonusaktion naja Au contrario, wer sieht? U lecthrt! Hahahaha... Habt ihr das gesehen!? Ey, da haben wir doch Spaß! Komm komm! Erlele' dich! O nein, nein nemin less! Verfehlt, 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 wow. Nein, 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 die Kelly, der darf nix passieren, der darf echt nix passieren. Sonst verliert sie dir ihren Marley nicht, also diese Erschütterung, Marlox. Natürlich kriegt er jetzt nächstes Mal, na so, er verfehlt, aber er kriegt jetzt einen Stecher nicht. Willst du noch mehr? Ja. Ah, super, vergiftet. B, B. Hilfe, verdammt, ich brauche Hilfe! Na ja, in Panik noch was gerissen. Ich brauche einen Medikit! Ja, komm! Ja, ich weiß, ihr seid alle in Panik. Blablabla, halt. Komm, wie wärst du, wenn du nach da hin und dann nach da hin gehst? Bin dabei! Ich 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 sehe erstmal wie die anderen gestartet haben. Du... ... nach der Seite gehst? Nehm... Ich spiele jetzt komplett volles Risiko. Das ist eine psychische Effekt. 11 Schaden, ja. Panik entfernt. Ach komm, nein, 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 nein. Nein, echt nicht. War so klar. Nee, echt, nee, 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 nee. Denn nach der ersten Runde war ich... Im ersten Kampf war ich so happy und jetzt... Okay, bin unterwegs. Oh, sie kann noch schicken. Ich mach mal kurz Quick Save. Dann hol ich mir Insektuiden. Hoffe ich. Komm, du brauchst nur zwei Schaden machen. Und die... Gerade macht sie an ihnen Scheißvieh nur zwei Schaden. Das ist ein Millimeter von ihren Pären. Und jetzt... Okay, wenigstens ist der Typ... Tod. So, hi Schlange. Hier ist mein Messer. Ach komm. Das hat nicht viel bewirkt. Ja, genau. Wieso eigentlich nicht? Nur vier Schaden? Willst du dich veräquillen? Das... Das Schwert kann gar nicht vier Schaden machen. Das... Guck mal hier. Drei. Sechs bis acht Schaden. Also Minimum sechs Schaden. Was? So zurecht? Das Evil-Klass abilities ist nicht möglich beide. HSI skull! Das ist nicht möglich. Hallo? Jetzt steht zwar gestreift Aber... Ernsthaft? Ist ein rein. Du Mainz. malur. Komm, jetzt streif mich nur... Komm, von da oben... Hey, du kannst von dauernd... 96%, ich kann nicht nur streifen. Was soll der Scheiß? Ich raff das nicht. Ich bin jetzt ein bisschen... Na komm. Was soll der Scheiß? Ernsthaft? Was soll so'n Scheiß? Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Sch perturben... Was soll der Scheiß? Vielen Dank.